Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was soll ich nur machen? Ich werde ihm nie entkommen. Aber was ist, wenn er dich kriegt? Er sieht ziemlich gefährlich aus. Wir müssen weiter. Du hast recht. Oh nein. Was soll ich jetzt tun? Ich hab's dir ja gesagt. Er ist bald da und dann wird bestimmt nichts Gutes geschehen. Komm schon hier lang. Komm schon hier lang. Komm schon hier lang. Was soll das Geheule? Er ist gleich da. Wir müssen weiter. Sofort. Ich kann nicht mehr. Was soll das denn? Was will der von mir? Wenn du das nicht herausfinden willst, sollten wir jetzt sofort weiter. Sonst hat er dich gleich. Was ist denn los? Ist dir dein Leben so egal? Was ist denn? Bist du echt so dumm, dich von ihm fangen zu lassen? Gleich ist er da. Das ist mir egal. Ich bin fix und fertig. Soll er doch. Das ist deine letzte Chance. Wenn du jetzt nicht mitkommst, bin ich weg. Und du kannst sehen, wo du bleibst. Dann geh doch. Hau ab! Dann viel Spaß beim Sterben. Dann viel Spaß beim Sterben. No. No. Nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Danke Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020